So, willkommen hier zurück bei GTA Online. Halli, hallo. Hallo. Alle wieder am Start hier. Warum haben wir vier Sterne? Weiß nicht, aber wir haben Kollegen mit dem Boot, seht ihr? Zwei Kollegen. Was machen die da unten? Ihr kriegt mich nie, ihr Schweine. Das sind drei Kollegen, die kuscheln zusammen. Ich verteidige mich auch. Ja, die fliegen auf dem Boden rum da alle. Und jetzt liegen sie hinten auf euch. Komm, die kriegen wir, die kriegen wir. Komm, raus hier mit mir. Raus, raus. Raus. Raus Leute, raus. Das sieht irgendwie ekelhaft aus. Ja. Bis ans Ende der Map. Und noch viel, viel weiter. Warum haben wir die Cops? Ach ja, schön. Schön. Oh, die Cops sind immer noch bei uns, ne? Ja. Oh Gott. Wer hatte denn die tolle Idee, vier Sterne zu haben? Ja, wer war das? Das war schon so. Das kann nur der Tommy gewesen sein. Ich überhaupt nicht. Boah. 616, ich glaube, jetzt ist es gekommen. Ich glaube, wir müssen jetzt, wir opfern uns, ne? Was, nein? Nicht? Boah, Haftbomben. Da wird dann Haftbombe geworfen. Ah, sie sind hinter uns her. Oh. Oh, der Sonne mit daran ist so schön. Ich mag die. Ich mag die. Während hier die Waffen um deinen Kopf rum gehalten werden. So viele Kugeln fliegen an dir vorbei, so. Oh, der Sonnenuntergang. Wunderschön geworden. Wunderschön geworden. Wunderschön geworden. Ja, du nicht? Ne, bei mir ist es 17 Uhr. Boah, guck mal, wie viele Boote uns jetzt zubern verdrehen und danach sind. Dreh ich die pelos Mittelfinger aus. Ihr könnt mich mal. reais. Gönnt mich mal! Das ist echt der Moment, wo ich vermisse, dass wir keinen Granatwerfer gerade hier haben. Also zumindest keine Munition haben. Ja, der ist so teuer! Was macht 616 da? Nein! Okay, zünde! 616, zünde! Ich habe keine Bombe da. Achso, ich dachte, du hast welche am Bruch gemacht? Nee, aber ich habe einen Granatwerfer und den wollte ich benutzen. Aber jetzt bin ich aufgestiegen. Okay, warte, wir holen nicht. Lass mich nicht zurück. Was? Jetzt noch mal rausgesprungen. Ich bin ja auch rausgesprungen, einfach gerade. Höri, bist du tot? Nein, ich sitze nur voll gelangweilt. Okay, sah so aus, als wärst du tot irgendwie. Nummer 1. Okay, Reishi, Reishi, Entschuldigung, Entschuldigung. Reishi. Die kommt an die Köln. Die erscheint im Boot. Nein, die kommt an im Boot. Da ist sie. Das ist Reishi. Oh nein, die kriege ich wieder raus. Nein, scheiße, scheiße. Und 616 nicht so. Oh nein. Oh. Boah. Und ich sitze hier einfach nur gemütlich. Ich sitze da wirklich nur gemütlich. Das ist hier keine Kaffeefahrt, Mann. Hilf uns. Ich habe keine Muni mehr. Erschieß ihn jetzt. Da vorne ist er. Da vorne ist er. Da ist mal Reishi da. Boah. Wie die Arme hier rumwackeln von den ganzen Schallleichen. Lenken, nicht lenken, lenken. Lenken. Oh Gott, was ist denn los hier heute? Entschuldigung. Was war denn? Zwischen lenken und lecken, wo ist schon der Unterschied? Wo? Sorry. Zwischen lenken und lecken. Die Lache vom Tommy ist immer super, ey. Oh Gott, da sind ja auch Helis überall. Wo? Wo? Was machen wir hier? Oh! Wer war alles? Wer war alles? Oh nein! 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 Okay, Freunde. Haben wir noch schöne Kurzgeschichten? Schöne Kurzgeschichten. Dann sag mir nochmal Bescheid. Ähm. Ähm. Hm. Ah, hallo. Warte, ich lese einfach mal was vor. Spielt das Leben eines reichen Mannes und seiner Frau nach, die mit dem Flugzeug in ihren Urlaubsort fliegen, mit dem Fahrrad vom Hotel aus eine Tour zum Mount Chiliad fahren und wieder zurück zum Hotel und auch noch einen Helikopterrundflug machen, wo sie abstürzen und sterben. Ende. Ähm. Sehr emotional. Sehr kurz. Sehr kurz, Kürgel. Danke, dass du die kürze, die kürze ist. Nein, ich habe nur den Anfang gelesen, also den ersten Satz, und dann, das hört sich so gut an. Dann konntest du nicht aufhören. Das heißt, wir müssen das machen. Das scheint mir sehr spannend. Nein, ich hätte aber auch noch eine kurze, äh, eine schöne. Von wem waren der Vorschläge? Von Georg Richter. Ah, okay. Aber ich meine, ein Hotel und dann zum Mount Chiliad mit dem Fahrrad, das dauert schon eine Ewigkeit. Das dauert echt eine Weile. Das könnte man verbinden mit dem ganz normalen Tag. Ja, das stimmt. Das könnte man echt mal machen. Und ich hätte noch eine, äh, warte, wo war die denn jetzt? Hier. Von Deborah Palazzo. Holt euch ein bis zwei Wohnwagenautos mit Koffern drauf und fahrt dann zum Strand und sinkt am Lagerfeuer. Ja, das passt doch auch dazu. Wie alt würdet ihr campen gehen? Die Deborah haben wir, glaube ich, letztens in der U-Bahn getroffen, hier. Was? Ja. Ja? Ja. Ja. Oh. Da erinnere ich mich sogar noch dran. Ja, das wäre halt, äh, weiß ich nicht, fand ich halt ganz cool so, ne? Ja, dann können wir die beiden doch eigentlich verbinden mit dem normalen Tag so ein bisschen. Das stimmt. Da könnte man ehrlich so tun, als wenn wir alle in den Urlaub fliegen und dann, genau, der 616 mit seiner 616 Airlines bringt uns dann nach Los Santos. Genau. Ey, das wäre doch mega. Aber das wird dann, das wird dann eine mega krasse Folge werden, die dann... Sollten wir das tun? Wollen wir das, wollt ihr das jetzt machen? Das bleibt, äh, wir, ja... Okay, dann machen wir das so, dass wir dann die, ähm, halbe Idee von dem Georg nehmen, dass wir dann, äh, das machen mit dem Urlaub und ins Hotel und dann knüpfen wir dann an, dass wir dann zum Strand fahren, weil das ist nämlich nicht so weit. Hör auf, mich voll zu popeln! Ihhh, was hab ich da hinten in meiner Hose? Ihhh, voll die Kruste. Entschuldigung. Aber das, das ist doch auf jeden Fall besser, als wenn wir dann mit dem Fahrrad zum Mount Chiliad fahren, weil das ist nicht so lang dann. Ja, ne, es ist auch gut, dass du zwei verbindest dann. Ja gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt zum, ähm, Flughafen. Jo. Wir steigen alle in ein Privatjet und dann fangen wir halt an mit dem Schauspiel. Okay, mit dem Schauspiel. Ja, Schauspiel, dann mit, mit, ja. Zwinker, Zwinker. Wir sind voll die Debitors. Muss ich mal sagen, weil... Voll die Debitors? Ja, denn in, in, da, weil in Let's Play Poker einmal so eine Szene gehabt, da muss ich voll... Was war das denn? Das war ja cool. Was denn? Heshi, du bist ja bunt gestorben. Ähm, der hat den Debitor voll lustig geschauspielert und seitdem... ...rum Debitoren. Okay, also machen... Ja? Also machen wir das dann von der Deborah und dem Georg zusammen. Gerne. Okay, gut, weil ich hole mal einen, äh, äh, einen Helium, dann können wir zum Flughafen. So. Ihr könnt ja da in der Zeit noch ein paar Leute trüfen. Ich weiß genau, was ihr tut. Danach machen wir tausendmal Flugschule. Oh nein, Karl. Tausendmal probiert. Tausendmal ist eskaliert. Ja, aber echt. Tausend Explosionen. Noch so einen Song, den der Kory mal vortragen könnte. Und danach ne Fusion. The Forest. Hör auf jetzt. Entschuldigung. The Forest wollten wir auch noch spielen. Ohne Scheiß, das wollten wir eigentlich machen, ja. Ja, mach das mal, das ist echt lustig. Ich mein hier GTA. Ach so, ja, 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 stimmt. The Forest. Jetzt, jetzt verrate doch nicht alles. Ihr seid doof. Ich werde es schaffen. Ich werde es vom... Ja, ich werde es schaffen. Tja, wir schaffen das. So, Heli ist da. Oh, jetzt können wir auch gar nicht alle mitnehmen, ne? Oh. Oh. Ich kann mir ein Taxi nehmen. Ich glaube, ihr seid dann schneller da. Oder du machst das? Ich fasse mit her. Aber du bist noch nicht bei uns drin, Pandoya. Ja, ich bin hier oben. Du musst nur einschreien. Halt die... Uah! Oh mein Gott. Ich glaube, das klappt nicht. Oh, das... Das sieht auch... Oder doch. Ja, ja, ja. Ach, boah. So, ab zum Flug. Kein Illegant. Und drei Sterne. So, und der 616 kommt nach. Wir brauchen dich ja als Piloten, ne? Ja, ja. Ich mach schon kurz. Da musst du aber auch... Da musst du aber gleich auch, wenn wir so im Landeabflug sind, da musst du auch so eine Ansprache halten. Und da müssen wir alle klatschen, wenn wir gelangt sind. Ich? Boah, wir müssen die Tage noch... eine ganz lange GTA-Session machen, so bis wir ganz müde sind. Die müssen wir so oder so machen, ähm, bis wir ganz müde sind. Und dann müssen wir völlig übermüdet ein paar Folgen aufnehmen. Warum? Challenge auch. Die Satzstellung weiter. Ja, das ist auf jeden Fall eine Challenge. Und dann ist man auch immer total durch und albern und checkt nichts. Das ist halt nicht so wie immer, aber nur noch so 10er Stimme. Wir holen jetzt ins Let's Play, dass man so real life erst mal so drei Tage nichts essen darf und so richtig so ausruhen muss wie Christian Bale. Also willkommen bei GTA Online. Willkommen, wie dann die Folgen werden. Tag 1. Das wär so krass. Das wär so krass. Tag 1. Tag 2. Ja, genau. Das Experiment. Ja. Eine Woche ohne Schlaf. Boah, Alter. Und GTA 24 Stunden. Leben in GTA. Da wird man doch wahnsinnig. Tag 24. Richi hört mich auf. Zuerst noch krass. Woher kommt das nur? Sie hat doch gar nichts gegessen. Stimmt. Lass mal den Guinness Buch der Rekorde aufstellen für die längste GTA-Spielzeit am Stück. Oh Gott. Ich glaub, da hinten wir ziemlich krass hinterher. Das glaub ich aber auch. Wahrscheinlich so jemand so einen Monat am Stück. Bestimmt gibt's sowas, ja. Ja, bestimmt. Warte, die Sonne geht jetzt unter, ne? Welches Hotel? Wir müssen uns doch ein Hotel aussuchen. Ähm. Das ist Orlando. Oh, ne, das wird ja hier noch gebaut, oder? Da gibt's hier erst eine Baustelle hier. Ja, ihr könnt euch ja eins rausholen. Ihr könnt euch, ihr kennt euch da ja eh am besten mit aus. Ja, ne, mit Hotels nicht so in L.A. Ja, aber ihr meintet doch letztens, da waren wir auch, da standen wir davor, da meintet ihr, da wärt ihr drin gewesen. Ja, aber das ist hier eine Baustelle, das ist quasi... Ne, noch ein anderes, oder da war der mal kurz drinnen, oder so, habt ihr gemeint. Ihr habt doch auf jeden Fall noch von einem anderen Hotel. Oh nein. Ja, das hab ich auch schon gelesen. Ich bin empört. Ich halte auch liebe Grüße. Liebe Früße, ja. Oh, danke. Autopulse, super. Und dann willst du, dann willst du eine Aufnahmesession machen, wenn wir ganz müde sind. Wie soll das denn dann aussehen? Es wird auch so, ja. Aus der... Aus der... Ach, ich kann mich ja nicht spielen mit dem... G... T... A... Aufnahm... So. Geil, alle aussteigen... Bording. Da gerade ab, die alle den Stream gucken, ist das sowieso sinnlos, aber vielleicht ließ das ja eh nicht so was. Hey, du darfst nicht einsteigen. Näh, jemand kocht jetzt. Wir müssen auf den Piloten warten. Ich sag gar nicht ein. Wo ist denn unser Pilot, wenn wir die brauchen? Ach, seid ihr schon mal einen Flughafen? Ja. Oh, sorry. Hier steht der Privatjet von dir, von 616 Airlines. Nein, niemand, niemand klausen. Nein! Da oben ist er! Oh mein Gott! Oh nein! Warum hast du das gemacht? Was war das denn? So krass weggehexelt! So krass weggehexelt! So krass weggehexelt! So krass weggehexelt! Oh Gott, ich muss den Blutfleck beerdigen! Was den Blutfleck beerdigen? Wie machen wir das denn? Indem ich mich da drüber stelle und tue, als wäre das meine! Mach mal streicheln und ein bisschen pustest! Oh no! Ruh in Frieden! Ich warte einfach hier oben! Mein Flugzeug! Oh cool! Was denn? Du bist mir ja einer! Wie hast du das denn gemacht, Curry? Ja! Mit ner Menge Fantasie! Hey, bei mir bist du unsichtbar! Hä? Hä? Ich seh dich nicht mehr! Wer ist denn in diesem Haley hier? Das war doch 616, oder? Komm gleich! Jetzt seh ich dich wieder! Der ist noch gar nicht hier! Nur noch ungefähr 18 Sekunden, dann bin ich da! 18 Sekunden! Dann ist Boarding! 15! 14! 13! 12! 11! 9! 8! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Du lügst! Oh was war das denn? Oh nein! Da kommt unser Pilot! Einfach nur Pfff! Rishi ist auch nicht wieder! Wo ist Rishi hin? Ist sie da immer noch nicht? Weiß ihr, der Urlaub hat noch nicht einmal angefangen! Wir haben schon ein Problem! Da ist sie! Hallo Rishi! Oh! Es war Rishi da! Warum so aggressiv? Huuuuuuu! Huuu! 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 Sexy wie und hier! Machen wir jetzt Jetsurfing! Wo ist unser Pilot? Boah Curry, du siehst super psycho aus gerade hier bei mir! Warum das denn? Deine Augen sind so weit aufgerissen! Hä? Ja! Heli Stunt! Nein, das stimmt gar nicht! Guck mal in GTA bist du der kleinere von uns beiden! Haha! Ja, aber nur weil du hochhackige Schuhe an hast! Habe ich auch nie leid! Dann bist du trotzdem größer! Wie du immer echt hinten alles weg häxeln könntest damit! So ist unser Pilot da! Jaaaa! Da ist er! Also mal einsteigen! Ab in den Urlaub! Wo ist Michael Ballack? Hahahaha! 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 Oh! Tommy! Oh Tommy! Ich war es nicht! Ich war es nicht! Ja, ja, ja! Und dann haben plötzlich die anderen gespielt! Weißt du? Ja, ey! Oh, da ist mein Wrack! Weiß auch nicht was der Tommy meint! Danke so! Mga, das ist für gar nichts Wimg! Wimg! Mga! Das war so. Das war so! Ja, nein! Wir haben so etwas geschmeckt! da kommt er so also wie machen wir das wo landen wir ja du musst einfach gleich irgendwie aufs meer raus fliegen und dann halten landeanflug machen auf diesem flughafen hier ich grüße zwar die jungs im stream aber ich glaube nicht dass sie das sehen was wir machen über twitter aber dass alle machen ich mache mit wir sind ja im flugzeug also kann man enorm twittern gerade ja genau ich meine heilig auch bis an die jungs im stream hashtag sind gerade in der gta grüße an die jungs im stream ach das reicht twittern ich glaube ich für so ein tweet ich lese den auch immer tausendmal durch ich bin immer ganz pinnelig so wie sieht es aus seid ihr bereit wir sind also ich auf jeden punkt ach so und von denen gibt gerade die systemplatte den geist auf lese ich gerade aha vor eine minute gepostet das ist natürlich schlimm was denn deine ansage nein du musst erst fliegen wir sind doch wir sind doch in wirklichkeit noch gar nicht hier und ich gebe erstmal ab ja also genau genau und wenn wir gleich den anderen flug machen dann beginnt diese kursgeschichte oder eigentlich hätte auch noch jemand am flughafen im taxi warten müssen auch ich nicht ich nicht jetzt noch mal ich kann hier nichts abspielen machen so was ist der beat ich glaube ich habe keine mehr ja doch was ist das das war ein spontaner beat ich habe doch nicht spielt hier gerade jemand von euch Musik ab nein zwischenm Rad ach so ich habe hier gerade vorher die Paras irgendwie also ich bin nämlich ein bisschen übermüht aber cool ah schön was denn ich höre gar nichts ne ich höre es ganz leicht ja aber das ist doch das Radio oder nicht nein es ist Gott das ist Gott was hä nein es ist Gott heißt das Song aber ich höre doch gar nichts ah ich höre doch gar nichts also ganz leicht hören wir das meinst du bei GTA jetzt oder was ich bin halt verwirrt ich höre auch nichts du darfst nicht so weit raus ach alter was ne Aussicht so du hör rein der Hashtag heute bei der Sendung ist übrigens Friseur Hashtag Friseur Termin naja jetzt ist auch egal Hashtag Friseur Termin ja Leute Arriba Arriba und so wir müssen langsam mal anfangen aber du bist grad ein bisschen zu hoch ja ich weiß nicht von mir aus können wir anfangen cool ja dann es geht in den Urlaub aber der 616 muss die Ansprache machen ok 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 meine Damen und Herren wir befinden uns grad am hä nochmal lass dich nicht von den anderen abhängen Mann das ist so wies meine Damen und Herren wir befinden uns grad am Landlandflug auf Los Santos International Airport ja 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 drück sofort die Klingel ich will noch ein Rotwein drück die Klingel noch ein Rotwein vor am Land oh mein Gott sehr schön seid ruhig für den Kapitän nicht bereit ist sich auch eine Notlandung vor was warum ich wollte den Kapitän jetzt aber doch was nein ne keine Sorge die Klingel noch ein und 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 gelandet klasse klasse wir sind in Los Santos meine Damen und Herren ja also das mit der Notlandung ist immer so eine Vorsichtsmaßnahme weil ach so ja einfach mal den immer auf den Tod vorbereitet ja genau ich gewähre ja keine Sicherheit das Leben mhmhm genau aber sie bringen uns immer an Ziel vielen Dank dafür ja 616 Island ja tot oder nicht so da sind wir jetzt hier ne was da sind wir jetzt hier ja da sind wir jetzt hier da sind wir jetzt hier ich such grad den Text hier dazu und man hört man hört den Flo ganz leise nur man hört den Flo nur ganz leise ja ja oder auch gar nicht wir haben Waffen mit ja ja also hallo ja jetzt jetzt geht's wieder hallo hallo Flo ich hab mich gefragt ob wir dich durch den Zoll bekommen warum das denn weiss nicht ist immer schwierig du hast doch ihr habt doch immer die Waffen dabei ich hab keine Waffen dabei natürlich hast du dem bist du da schon ausgestiegen wir sind zu früh ausgestiegen ups oh mein Gott jetzt werden wir jetzt kommt die 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 hat keiner gemerkt einfach schnell wieder einsteigen vor allem beim Privatjet geht das gut so einmal bitte parken einmal schön einparken oh wunderbar so wir sind endlich im Urlaub Leute ja ja so Jess cool ähm hallo ja den Koffer holt ihr ab ne wir gehen dann schon mal los ja könnt ihr schon mal ein Taxi holen ich besorgt den Taxi wo ist die Kneipe aber wo ist denn hier das Kofferband ähm 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 und warum sind wir jetzt hier auf dem Rollfeld soll das so sein warum ist es hier so neblig ist es bei euch auch so neblig hier nein hier sieht es aus wie ein Silent Hill ah unser Auto wurde schon mal geliefert bitte was hier ist auch gar keiner bitte Wiesel News sind wir sind wir im falschen Flugzeug gewesen warum ist denn hier keine Menschen sehen und warum hat richtig ne Maske auf Presse kommt Presse kommt hier vorne Stroh liegt Presse kommt Oh Wiesel News Wiesel News Oh Oh mein Gott Aggressiver Pilot Aggressiver Pilot mit dem fetten Pressebus Das ist aber alle einsteigen Oh man kann hinten nicht einsteigen im Pressebus Nein Oh Das ist natürlich doof Naja das das ist ganz schön scheiße Was ist das hier für den Urlaub? Ich mein hier Ja das frag ich mich aber auch du Hier geht ja gar nicht Na komm Na komm wir fahren erstmal ins Hotel oder Ja okay So ähm wisst ihr denn noch wo das Hotel war Ich bin mir da nämlich relativ unschüssig gerade Ich glaub wir werden sehen wir mal dran vorbeifahren Okay Ja gut Dann fahrt wir ein bisschen hinterher Es ist grad wirklich sehr trostlos bei mir Ja Flo Und ich höre einen Flo im Hintergrund Hört ihr mich nicht mehr richtig? Jetzt wieder Jetzt ja Jetzt ja Was machst du denn die ganze Zeit? Eigentlich gar nichts Scheinbar hier ein Wackelkontakt irgendwo Achso das kann sein ja Sag mal wer von euch hat hier grad noch Nebel und grau und dunkel und so? Äh ne bei mir ist es Bei mir ist es abends ja genau Ja aber kein Nebel Boah wie sieht das hier super brusselig grad aus irgendwie Das ist voll komisch Ah okay Du bist in einer Spiegelwelt Ja Du bist gerade im Pineview Drive Der ne Boah hör mir auf ey Wo ist der Clown? Boah hör mir auf Hier was ist denn hier Pineview Drive ne Leute hau rein Was ne Ja hau rein los Ne Ich hab ja nur nach 3 Tage dann hab ich es endlich hinter mir ey Ja das ist schön für dich Bei dir macht es auch Spaß zuzugucken echt Du gruselst richtig schön Es ist einfach nur peinlich In den nächsten Folgen wird es auch wirklich extrem fein Also weil ich Weil ich einmal irgendwie so Mich krasse Mich krasse Das schreckt dass ich echt ins Mikrofon spucke Also Boah Aber man siehts nicht aber man hört es halt ey Hast du den Popschutz danach in den Trockner gelegt? Boah Ich hab mich erstmal rausgehängt und dann ein bisschen Wer schießt denn hier rum? Was? Wer hat denn hier rum geschossen? Ja jetzt ist es bei mir auch neblig Was sind das hier für ne Stadt? Wer hat sich denn den Urlaubsort hier ausgesucht? Mann Leute Bisschen komisch Ja ich glaub wir kommen halt auch zu ner schlechten Uhrzeit hier an grade Ja das denk ich aber auch Aber ich dachte irgendwie so Sonnenschein Aber da soll man schon erwarten ne? Was Was machst du da? Warum singst du? Oh ich hab gehört wir sind in der Abkürzung 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 Also super Aktiviert Abwehrkräfte So Oh freilte Seite Ach ist das schön Was? Schön ekelhaft hier Schön ekelhaft hier Schön ekelhaft hier Schön ekelhaft hier Hat das kaputt gefahren Ich glaub denn links sind äh sind so Wolkenkratzer Aber ich kenne sie nicht Wolkenkratzer? Ja ich also bei mir ist es jetzt auch mega neblig Ich glaub wir sind einfach wie spiel haben wir denn? Wir sind wirklich in Zeit hier Aber wir haben wir haben wir haben wir haben 5 Alter Silent Santos Leute Ich dachte wir sind hier im Urlaub Verschießen hier erstmal die Reifen kaputt Das wird jetzt ausgeglichen Toll Und der Akku ist leer Sehr schön Leute Mann Jetzt versaut ihr direkt in Urlaub Der Akku ist leer? Nein quatsch Achso Ich hatte von einem Von einem Drücker Mein Pad Von meinem Pad Vom was? Drucker? Boah es wird immer nebliger Ja es ist seltsam Jetzt fehlt nur noch die Gordon Kate Bridge Das ist ja der größte Reinfall überhaupt Oh sie ist so schön Wir waren drauf Wir konnten sie nicht sehen Aber wir waren drauf Oh war dann wieder alles zu mit Wolken Oder war sowas von Da hat man gar nichts gesehen Du konntest sie nicht sehen Du konntest sie nicht sehen Also du konntest mal sehen dass du unten Also dass du auf ihr drauf warst Aber wenn du hochgeguckt hast nur weit Aber es war auf jeden Fall trotzdem ein krasses Erlebnis Weil es der krasseste Sturm aller Zeiten war da oben Boah ja das war richtig heftig Ah so cool So packt Jo Wir sind übrigens grad voll am Schauspielern hier Ja So endlich sind wir da Endlich ja Können wir bitte zu Johnny Rockets gehen Ja Aber erstmal gehen wir einchecken oder Sind wir dafür nicht falsch hier Nee quatsch Beim Johnny Rockets Ja komm mal mit ne Das ist überall die haben nie Achso überall Ja ich müssen genau wo es lang geht Ja ich weiß es ja nicht Ich hab ja ja Oh okay ich bin falsch gelaufen Wartet auf mich Wartet Hm Es ist so Ich höre zwar Polizei Autos Aber es ist trotzdem irgendwie verlassen hier Raps gibt's hier Hier gibt's schon mal Raps auf jeden Fall Was habt ihr denn für Zimmer gebucht? Wie Wir haben die Zimmer nicht Wer hat denn die Zimmer gebucht? Also ich hab's auch nicht gebucht Wollte ne Suite haben Wer hat die denn gebucht? Hat Rishi die wieder gebucht bestimmt Rishi? Ne die hat nur ganz viele Brillen gekauft Rishi hat nur ganz viele Brillen gekauft Ja Wagen wir mal Wir gehen einfach mal Fragen mal auf der Straße Haben sie das Zimmer gebucht? Haben sie das Zimmer gebucht? Für uns Wie mit der dreckigen Jacke Ich glaub der hat ein Stück Pappe für uns Jetzt hört mal auf den Hey das ist Es geht nicht Alter Jetzt habt ihr den noch Angst gemacht Nein ich hab auf die Straße rennen Schon gar nicht wenn es nebelig ist Was habt ihr mit dem? Was? Er war ein Monster Nein 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 Das war kein normaler Bewohner War echt kein normaler Das war ein Wehrwolll Er ist ein Modenschforscher Ich glaub wir sind in Watsonville gelandet hier Oh Gott wir sind in Watsonville echt? Ist gar nicht Los Santos Oh mein Gott Das ist schon die ganze Zeit so komisch hier Ja Der Unterschied ist bei Watsonville ist Genau hier gibt's Wehrwaschbären und Wehrwölfe und im Dorfzentrum ganz viele Galgen Wo hast du uns hingeflogen 616? Ähm das ist eure Schuld ihr habt bei Wir fliegen sie in den Tod gebucht Oh Gott Haben wir bei Wir fliegen sie in den Tod gebucht? Ich hätte es gettisch mal sein müssen Aber aber In Watsonville Ihre Airline hatte doch so gute Bewertungen Ja für die Selbstmörder Entschuldigung ich wollte den Mann hier Für die Selbstmörder Wie können die Selbstmörder denn bewerten? Naja die haben das Letzte was die machen Kurz vorher geben die noch einen Daumen hoch Ja klar Das zählt ja gar nicht Die müssen erst fliegen Machen ein bisschen Platz und wir gucken mal was die mit dem Mann machen Mit dem Mann machen? Das ist zu spät Ich glaub der Mann ist äh Na komm Leute Es hat sich ausgebucht mit dem Zimmer Warum stehen die dann einfach so hier und lassen den hier liegen? Ja warte die machen schon was Die wollen schon was machen Und lass die mal ganz kurz Eine ganz ganz komische Stadt hier Guck mal der irgendwie kuscheln die gerade Hä? Jetzt gehen die einfach wieder Nee warte der bleibt noch stehen Hä? Helf den Mann Irgendwie sind das komische Leute hier Hier ist alles so mysteriös Was ist in der Stadt passiert hier? Helf den Mann Hör auf die Leute zu schlagen Auch wenn sie komisch sind Warum helfen die dem Mann nicht? Los steh auf Oh schuldigung Nein ich wollte dich wieder beleben Schuldigung Herzmassage Nein Entschuldigung Lass mich die mal wieder beleben Herzmassage Okay warte 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 Okay Nein 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 Er war sowieso ein komischer Kerl Nein 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 Rishi Entschuldigung Geh weg Geh weg Geh weg Warte mal Wir hatten doch noch was vor oder? Was hatten wir denn vor? Leben Wieder beleben Nein wiederbeleben das klappt nicht ich bin ein bürger ja in watsonville was machen wir wieder hier nein das ist nicht wiederbeleben wiederbeleben die polizei hat die mitgenommen ihr seid in einem traum ist sterben wie wir müssen es ja nicht sterben dann ist es wieder sonnig ist das ein klar traum hier oder was ja ihr müsst sterben los ok aufwachen ich sehe die sonne ich sehe die sonne so ein bisschen ja aber das ist immer noch nicht die welt wo ich denke wo ich hin wollte eigentlich sonniger aber immer noch neblick ich glaube wir sind noch in so einer zwischenwelt gejahre er hat sich zwischen leben und tod und guck mal hier die leute die leute sie sind alle so komisch müssen wir in der inception durchziehen jeder hatten stimmt das gab es auch noch als geschichte das heißt wir sind gerade im traum von einem traum von einem traum aber von wessen traum ich bin schon wieder tot deswegen sind wir auch alle einen traum die der von jungen ill oder von kim jong und ill vielleicht sind wir ja im traum von kim jong und ill aber reishi hat dann weiter geträumt und wir sind ja und dann hat tommy noch mal weiter geträumt und deswegen sind wir in watsonville in los santos und dann haben sich die träume irgendwie überschnitten genau in den einen traum waren wir auch in st hill das heißt das müsste eigentlich mein traum gewesen sein und in den traum in dem wir geflogen sind waren wir also ein 6 16 traum schöner traum aber was träumen wir wenn wir jetzt in kürzestraum gehen das wollte gar nicht wissen ich glaube das endet nicht gut weiß auch nicht ob wir das hier auf youtube zeigen soll die kurzgeschichte haben wir total durchgezogen wir haben elemente von der kurzgeschichte auf jeden fall reingebracht wir können in der nächsten folge können wir das dann noch mal mit dem strandausflug probieren wenn ihr wollt also mal mal so richtig aber wir haben jetzt gelernt dass wenn die leute uns die kurzgeschichten schicken dann lasst uns echt viel nein ja bitte da kommt der größte das ist irgendwie lustig ne dass da so rauskommt also wir sind wir haben jetzt alter pandoria hörst du bitte auf mich klagen das war eine sehr interessante folge sie war sehr gruselig ja sehr aufklärend und jetzt ist der nebel weg das ist ein bisschen ist er noch dabei und ja noch ein bisschen ja genau aber weiß wer gleich weg ist die die alchemisten wasser für eine linke sauer ich würde sagen wir verabschieden uns und wir sehen uns in der nächsten folge wieder und ok ok machen wir das so bis dann tschüss tschau und jetzt der end für die alchemist tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020